Neues Mitglied machen wir. Wenn es um Filme geht, dann müssen wir selbstverständlich Nesthocke heißen. Der beste Film, ARD-Fernsehfilm, den es gibt, kann ich nur mal empfehlen, den zu gucken. Ja, das üben wir jetzt nicht mehr mit dem Chat, das dauert zu lang. Billy ertappt Maya mit einem gut aussehenden Jungen. Oh, meine Güte. Ja, so ähnlich. So ähnlich sah tatsächlich auch das Nesthocke-Skript aus. Falls ihr das noch nicht gesehen habt. Da würde dann nur hier am Ende noch in der Logo stehen. Kennen Sie einen Schädling namens Hexenbesen? Was? Was? Okay, ich lege mich fest, dass es das ist die seltsamste Frage, die wir in allen TKG-Teilen jemals gestellt haben. Die Gralle nicht hoch- oder runterbewegen? So einfach? Okay, ich mache jetzt nur mal nach rechts. Das ist doch nicht euer Ernst. Was? Stell mir vor, wie da irgendeine Zeitung ist. Der war so Eis, Snappy. Der sieht ja toll aus. Weißt du was? Ich glaube, den schenke ich meinem Freund Tim. Aber ich dachte, der ist für mich. Mano. Wieso haben Sie Ihr Toupet in den Baum gehängt? Ja. Kaum hatte ich das Bild versteckt, sah ich Schäffler kommen. Ich riss mein zweiter vom Kopf und stopfte es in den Baum. Super Idee. Schäffler ging geradewegs in den Hof und nahm von mir keine Notiz. Ich konnte nur beten, dass er das Versteck nicht fand. Dieser Schäffler hat wirklich einen unglaublichen Instinkt. Ich riss mein zweiter vom Kopf. Das ist das Better Call Saul. Ja, 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 ja. Wann geht es denn endlich los? Hallo, meine lieben jungen Freunde. Ihr seid verdammt neunmal klug, immens helle und schwer auf Draht. Und nun die letzte Frage. Wie nennt man die erste Milch einer Kuh, nachdem sie gekalbt hat? Kuhschwenker? Biestmilch? Weißer Tau? Schneesäffle? Lederweißer. Was? Was ist denn das? Biestmilch? Biestmilch finde ich richtig gut. Schneesäffle? Weißer Tau? Biestmilch? Biestmilch ist ja das Beste. Und nun sprich deine Namen klar und deutlich aus. Was ist das hier? Oh, was ist denn das? Meine Güte, ey, habt ihr Augen. Eine merkwürdige Tablette. Wenn ihr ein Dealer war, könnte er sie verloren haben. Wer von euch hat heute schon ein, zwei Ali Spirali eingeworfen? Jetzt sagt's mir mal direkt. Ich stelle sie lieber mal sicher. Im Chat haben noch einige Ali Spirali erzählt mir doch nichts. Das ist natürlich auch ein schöner User-Name jetzt. Ihr seid keine richtigen, keine Erwachsenen Zeugen. Die Drogen könnte, wer weiß wer, hier gelassen haben. Vielleicht Mikey? Ich könnte den Jungen einfach so ans Messer liefern. Was? Es wird Zeit, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Hm, vielleicht ist es am besten, es gibt überhaupt keine Zeugen. Ach, die Scheiße. Du warst zum Teufel! Was? Und ob es einen Zeugen gibt. Mich. Du hast die Ehre der Familie besudelt, Partou. Wer sich mit Mikey anlegt, der legt sich auch mit mir an. Bravo, Herr Heberlein. Jetzt ist Partou geliefert. Wir nehmen Partous Handy und rufen die Polizei. Ja, es wird Zeit, dass Partou der Prozess gemacht wird. Droht eine lange Haft. Vor allem, wenn er nicht ausplaudert, in welchem Labor seine Drogen hergestellt wurden. Das habe ich nicht erwartet. Kann ich mit Pralinen dienen. In allen Horrorvarianten. Von der Firma Rotten Stuff. Willst du welche bestellen? Aus dem Ausland? Das ist nun wirklich gruselig. Iiiiih, Pralinen aus dem Ausland. Was? Gabi war beim Referat zuerst kaum zu bremsen, aber dann ist ihr übel geworden. Ich habe das Malheur schon behoben. Ach, Tim. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Keine Sorge, es geht mir wieder besser. Oh, mein armer Schatz. Ich hab dich lieb. Was ist denn jetzt hier los? Zuerst mal drei Bänke für Shirley. Das ist ja mal der Knaller. Das ist ja mal der Knaller. Und was ist jetzt das hier für eine enge Freundschaft gerade? Ach ja, der Zauberer von Oz. Ein uralter Film. Als der im Fernsehen lief, haben wir das erste Mal gekuschelt. Weißt du noch? Puh, Leute, ich habe das Gefühl, dieser Teil wird ein bisschen hitzig. Zum Zauberer von Oz. Wo hast du das? Wo hast du das? Das wurde von Dingo Pictures uns geschickt. Wir haben so ein Dingo-Paket bekommen. Ich glaube, den kann man entweder jetzt schon oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt auch im Dingo-Shop erwerben. Vielleicht habe ich den auch in einem Fiebertraum selbst zusammengenäht. Man weiß es nicht. Ist der vergiftet. Der hat auch schon diesen, ja, wie würdet ihr diesen Blick beschreiben? Es ist nicht so ein ganz netter Blick. Es ist so ein bisschen, ich erwirb dich gleich. Smirk, ja, creepy. Der Blick ist frech, ja. Aber es ist schon so langsam wird es hier creepy in meinem Arbeitszimmer. Ich habe hier drei Kuscheltiere, genau. Einmal den hier, dann diesen Jee-Dino und dann noch so einen nackten Gollum mit Ländenschurz. Also, ich weiß es nicht. Nee, ich meine nicht Florentin. Ich meine schon wirklich ein Gollum-Stoftier. Weiß ich gerade gar nicht, wo ich den hingestopft habe. Wartet mal. Der guckt doch in so ganz komische Richtung. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn drehen soll. Hey, Leute! Der ist doch nicht schlecht, oder? Also, der sieht aus, wie jemand, der Jee-Sagt. So, und dann habe ich natürlich noch den hier mit der wilden Frisur. Naja, und halt mit diesen Ländenschurz. Ja, das sind so meine Kuscheltiere. Und was habt ihr so? Hast du mal drunter geloogt? Oh, wartet mal. Oi! Wo spielen die Sussex Hornets? Wie, wo spielen die? In der Turnhalle? Wie, wo spielen die? In Sussex? Aber das ist jetzt nicht die Antwort, oder? In Sussex. Das weiß aber keiner von den Kindern. Jetzt sagt mir das nicht. Wo spielen sie? Die Sussex gegen die Hornets. Also, wo findet das Spiel statt? Wisst ihr's? Komm, sag bitte jemand, turn alle. Gar nicht so schwer. Wir schauen mal. Und dann seht ihr's. Und zwar in einer Sporthalle. Nein! Also, ich glaube, bei der Quizshow wäre ich auch gerne dabei gewesen. Was sind das denn, was sind das denn, was sind das denn für Trollfragen? Okay, wir müssen wirklich, müssen wirklich einfacher denken, glaube ich. Womit, womit spielen sie Basketball? Finde ich auch gut. Das sind wirklich nur so Captain Obvious Fragen, offenbar. Ich weiß es nicht. Also, das wird, das ist keins von meinen Favoritenspielen, glaube ich. Ich bin jetzt mal gespannt. Also, das war Teil 12, ne? Immer noch vier Stück. Aber ich glaube, schlimmer als das wird das nächste jetzt nicht. Man kann sich immer neu überraschen lassen. Ui, 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 das war ja was. Ui. So. Dann schicke ich euch doch mal zu einem Superhelden namens... Mer... 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 Merchman. Mein Kopf ist komplett Matsche nach diesem Film, wollte ich gerade sagen. Ihr könnt ja mal überlegen, wer Merchman sein könnte. wenn ich das hier eintippe. Ähm... 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 Ne, ich muss jetzt erst mal duschen. Ich glaube, das ist schon mal ein guter erster Move. Oh Gott, war das wieder furchtbar. Aber... Aber es hat was. Also, irgendwie haben diese schrecklichen Spiele auch was. Ja, ihr könnt entweder Gänsemann oder Merchman oder Farbenjunge... Ich glaube, da gibt's einige gute Namen. Oh Gott. Wunderbar und furchtbar. Äh... Macht es gut. Und... Habt noch ein schönes Wochenende. Naja, ich hab gesagt, wir spielen die ganzen Spiele durch. Da müssen wir die jetzt auch durchbeladen. Da kann ich nicht bei Teil 11 von 16 aufhören. So. Schöne Grüße. Ähm... Macht's gut. Und bis zu Teil 13. 13 im Nächsten. Adele.